hallo liebe freunde da sind wir wieder bei argsweifel evolved auf der ragnarok map wo ich immer noch kein döde gefunden habe ich habe es zwar gefunden aber die sind alle viel zu klein und ich habe dafür noch ein anderes gefunden schönes und zwar ein färbeeier die ich mir mal direkt mitnehmen werde und nicht nur ein färbeeier da sind auch teilweise andere sachen bei die so leichten bach geben und das macht alles hier unser ovi raptor ich will jetzt nicht verschrecken den ankerl sind ja so schreckhaft die kleinen viecher aber ich hätte es mal kurz zurück ich habe nur am arsch der heide ein paar hat aber die knappe paris gefunden und sonst nichts das war recht armselig muss ich sagen damit sind hier auch welche lang gelaufen du dies und die meisten ja noch mal ankylos die sind alle hier lang gelaufen noch ich werde jetzt habe ich das ja das ist jetzt unser versuchskaninchen grün ist scheiße gelb auch über die aber gucken mega scheiße aus entschuldigung da brauchst du ein neues mein jung bist du was was äh ne nehmen wir mal hier das oh mein gott bin ich fast gekotzt meine herren das sieht schon besser aus ich lass das lieber ist zwar immer noch so ein ekelhaftes hinterteil aber ist ja was ist mit dem hier weiß auch nicht ob das jetzt weg geht wenn die und das sieht cool aus wenn die wenn das wieder vorbei ist dass das event habe ich keine ahnung oh du siehst ja geil aus jetzt das sieht cool aus ja das lass ich aber ich bin eingekreist von den ganzen eier legenden wohlmilchsäulen hier der hier liegt hier da liegt einer da hinten ist ja hoffenweise aber beim letzten mal ja schon gesehen und da hinten sind auch noch hunderttausende ja schlimm ich gehe mal eben mal rüberfliegen ich will nur wissen ob hier nicht vielleicht doch noch ein dödi und ein anderes tier hier rum rennt ich habe wieder in den namen vergessen an kühle doch genau hier oben wäre ja wesentlich einfacher oh nein oh nein wow geht weg ihr blöde Mistviecher wie sieht es nicht danach aus aber ich weiß dass hier oben auch welche sein könnten hat man was gesehen nö oh alter guckt ihr den guckt euch den nach oben an meine frisse die sehen aber krass aus oh net 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 quetzel zeige ich euch auch noch mal wie man den mit dem mit dem taming mod zähmen kann das ist nämlich ganz easy peasy aber ich glaube nödi und an kühle werde ich nie mehr im leben sehen die werde ich wahrscheinlich niemals haben ja ich weiß auch nicht wie man so eine map versauen kann ist ja nichts mehr dran gemacht woran das ist die map selber kann ruhig so bleiben aber die spawnpunkte sind vollkommen für den arsch ein bisschen was können die ruhig mal daran machen hier schwört ja alles rum nur keine keine dölis und ankylos so habt ihr jetzt davon nix hier guckt euch das an hier sollten normalerweise mit sicherheit ein paar rumlaufen ne ist ja gar nix hier stattdessen ist die scheiß weide hier leer was hier dieses viel zeug hier da ist da einer die arme kerl ist fertig mit der welt aber ich habe da einen gesehen ich habe einen gesehen einen dölikobus oh tschuldigung wollte ich gar nicht falsche taste 152 ist in ordnung eigentlich was wieso laufen hier denn keine rum eigentlich das finde ich voll blöd weil so muss ich nämlich erstmal hier hochkommen und werde wahrscheinlich von irgendwelchen drohdons gekillt bevor ich da zu dem dings hin komme aber ich weiß dass hier auch mal in ankühlerung gelaufen ist naja naja wohl nicht schade dass hier nichts mehr da gemacht wird an der map finde ich ein bisschen traurig ich glaube ich werde mir mal ein bötchen bauen dann eben rüber dackeln ja ich habe hier ein paar eier hingelegt hey was habe ich denn da jetzt gemacht hallo schibidöde kurs ausrüstbar wenn ausgerüstet erhält der schibidino xp was das töten von alpha steigt so im level außerdem kann der maximale level des spielers ausüben werden was ich bin jetzt ein wenig verwirrt Was ist das denn? Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gesehen. Komm mach den mal kaputt. Oder ist denn egal? Was mache ich denn mit dem? Wie kann man denn nochmal pfeifen, dass der was tut? Gut. Optionen. Pfeifen. Müsste ja doch hier irgendwo bei sein. Angriff. Dieses Ziel angreifen. Geht nicht. Ähm... Ja, left alt ist das eigentlich nicht, aber ist egal. Habe ich das jetzt weg gemacht, oder was? Aha. Ähm... Folgen wir, bleib da. Mach ich auf y, bleib da. Ist das einer nicht zugewiesen, aber ist egal. Ich muss weit genug weg von meinen Viechern, ja? Warte mal. Wo ist jetzt der eine da? Epsilon? Nö. Ey, aua! Mach doch mal was! Wirst du jetzt so nix zu brauchen hier? Ja. Wenn ausgerüstet hält Shibi Dino XP durch das Töten von Alphas, aber nur Alphas, das ist ja voll blöde. Was für Alphas? Ich habe ja keine Alphas drauf. Ich habe noch nie Alphas gesehen. Nee, sie... Ah, komm. Tu das weg. Geh weg. Falls jemand das weiß, ab in die Kommentare damit. Ich habe absolut keine Schwimmer. Oh. Ähm... Ich will noch mehr Eier. Ich will das nochmal vers... nochmal versuchen. Alter, die Eier hier, ey. Scheißhaufen aufgenommen, ey. Bleib weg, aber... vielleicht sind bunny egg im bereich 1 von 50 also weil da schon 50 eier liegen da will ich dir bescheid geht es denn jetzt nicht mehr kommen wir gar nicht mehr zum bauen hier mensch aber ich mache die alle jetzt kaputt also man kriegt andere hier warte mal was habe ich denn hier da hier nur dann neodon wie greifen die denn an mensch hau rinnen mach es alle platt aber nur durch alphas wo finde ich denn alphas ich habe keine alphas ich habe nie alphas gesehen warte mal das ist diese komischen farbenen kann das sein warte mal ich muss auch mal eben kurz hier mein schwert wieder ausrüsten gehen wir mal auf testerei greif dem an so ne lusche komm schon wieso greif es nicht an der macht nix der macht nix hier der kann nix woher wollen wir denn sowas ich habe da noch eine idee warte mal warte mal warte mal bist du hier so ein alpha du bist farblich äh markiert die blöde sauer das gesehen die weg ich will meine eier nicht mit ihr teil ich glaube ich muss das gleich mal googeln dann werde ich mal rumtesten und dann werdet ihr das in der nächsten folge sehen kann sein dass auch nur noch diese woche wenn ihr das seht vielleicht nur eine folge von den es kommt muss kopieren will ich nicht petri auch nicht was hat hier mediterium auch nicht okay das ist eine folge von genesis kommen dafür dann drei folgen von ragnarok hier weil die spiele ich lieber als genesis genesis regt mich einfach nur auf ich würde da mal sagen nein aber was anderes wir sehen uns einfach mal in der nächsten folge würde ich sagen also bis dahin euer woba ciao ciao warte mal wo mich nun kommen wir uns nur den arsch zeigen wieso kann ich die hallo kann ich nicht kann ich sein was laufen so dass sie nicht wo so weiter dann bis zum nächsten mal auf wiedersehen